Was geht ab, Bows? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends Ranked. Wir sind wieder mal unterwegs, haben hier den Jibo mit dabei im Jungle mit Rek'Sai. Moin. Servus. Und ja, haben auf der Bot-Lane eine Wayne mit dem Blitzcrank und auf der Top-Lane eine Irelia. So, wir zocken heute Lissandra mit dem coolen Skin. Ich finde ihn echt geil. Und dann kommen wir auch gleich mal zum gegnerischen Team. Wir haben hier ein Pantheon auf der Top, Mordekaiser in der Mitte, Uti im Jungle, Jinx und Annie auf der Bot-Lane. Und ich habe mich für Lissandra entschieden, weil sie guten Schaden austeilen kann und auch noch ein bisschen tanky ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann auch gleich auf Dingen aufbauen, ne? Hier, starb der Zeitalter. Bitte sprich das nicht Deutsch aus. Hast du alles Englisch, oder was? Ja. Ich habe alles auf Deutsch. Auf Deutsch ist du Ohrenkrebs, Alter. Warum? Das hört sich so schrecklich an. Ja, ich finde es auf Deutsch auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht auf Englisch gestellt habe. Oh, das Skin ist geil. Ich fasse gefühls kalt mal als Kompliment. Der, ähm, Rek'Sai Skin gibt es doch auch bei Nocturne, ne? Ja, ja, Eternu. Ja, genau. Alles ist geplant. So, los geht's. Farmen, Mordekaiser ist da außen dabei im Jungle. Warum auch immer. Ah, da ist er. Oh Gott, ich habe... Alter, schau dir Mordekaiser an. 25 Armor. Null Attack. Was hat denn der für Dinger? Für Masteries. Oder Runen. Komisch. Ich sehe die Dinge ganz klar. Was mache ich denn für Scheiße? Was mache ich denn? Wann kommst du nur beim neuen Jungle? Oh Gott. Äh, pass auf. Loll, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, das habe ich gemein mit Udi, ey. Der langweilt so krass. Oh fuck, das ist doch nicht euer Ernst, Bot. Komm, 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 komm. Oh Blitz, stirb nicht. Dembo. So viele Geheimnisse. Fuck. Entschuldigung. Bitte, ja. Ja, gehört mir. Oder? Ich bin die Eisgeborene. Das hoffe ich. Du warst irgendwie auf der Botlane, oder? Ja, komplett, Alter. Ey. Hast du öfters gerufen? Ja, zweimal. Scheiße, ich habe es gar nicht gehört. Ich habe voll auf die Botlane geschaut. Fuck, man. Ey, wegen mir haben wir jetzt... Ach nein. Scheiße, 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 scheiße. Warum hat denn der Mordecai so viel ausgehalten jetzt schon wieder? Das ist hier. Mordecai, der selbstständig schon viel Rüstung. Oh Mann, ey, das regt mich doch schon wieder so auf. Schlachten kommen und gehen. Ich. Fuck. Ja, komm ey, der... Das ist doch schon wieder so OP, sein Schild. Wie soll ich denn da durchkommen? Da kann ich nur mit Gank was machen. Dies ist nur eine Schlacht. Den Krieg habe ich bereits gewonnen. Ich laber zu viel. Das ist ja schön. Ich ruhe niemals. Äh, Vorsicht. Da ist er. Na, ich mache die Krippe. Ey, ich farm so schlecht. Unglaublich. Ich muss weniger reden. Oh Gott, ey. Dann. Kommst du weg? Klar. Das wäre schön. Das geht hier so übel ab, ne? Ohne Witz. Schon wieder so krass am... ...betteln. ...betteln. Wayne, 4-1. Was ist denn da los? Die hat doch das... ...für das Blatt hergegeben gehabt. Was? Wie schillig. 4-1. Ja. So geil. Ey, die Botanke an dich ist doch jeweils ein zweimal gestorben. Ja, irgendwie komisch. Bin ich gerade scheiße, oder? Ey, ich farm so abgrottig, ekelhaft. Das ist so... Das kann ich doch nicht hochladen. Das ist so peinlich gerade schon wieder. So, SS-Mitte. Kein Plan, wo der Typ ist. Ganz klar. Die Welt hat vergessen, was wahre Nacht ist. Geile Stimme hat die Lissandra, ey. So, Mitte ist immer noch nicht... Oh, da ist Mitte. Äh, wart ihr nicht in Überzahl? Wart ihr jetzt nicht 3 gegen 2? Ja, aber irgendwie hat die Annie dann Blitzcrank schon gekühlt, weil der reingewirrt ist. Der Lore-Erfahrt. Niemand wird sich an sie erinnern. Da krieg ich nix noch. So, Mitte läuft auch nicht gerade prickelnd, weil der Typ übertrieben tankiert ist. Okay, die haben beide geflasht. Oh fuck. Komm mal. So, Mitte ist es. Äh, Mitte kommt. Ach, die... Die stört... Ich komm, ich komm. Kommt schon. Kommt schon, Wayne. Ja, ja, mach, 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 mach. Nein, ich kann nix machen. Jetzt geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein. Nein! Nein! Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Niemand wird sich an sie erinnern. Der ist echt gestorben, ey. Und ich hatte keinen Mahn, um irgendwas zu machen. Ey, was geht hier schon wieder ab? Ich push dann einfach mit dir. Was geht hier schon wieder ab, ey? Ja, ist doch gut, Mann. Du kannst die doch eh nicht holen, die sterben. Oh mein Gott, ey. Was ist mit der schief gelaufen, ey? Die Welt hat vergessen, was wahre Macht ist. So, ich komme. 9, 9 steht's. So, Mitte. Mitte ist es. Toplane braucht Hilfe. Sehr schön. Die Mitte fehlt immer noch Freunde, ist botlane. Alles ist geplant. Ja. 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 Wie wurde die Ulti dann abgebrochen? Hast du geholtert oder was? Ja, ich wollte da wegkommen. Dein Schatten ist ganz schön stark. Rudi lädt wieder. Ich glaube auch, dass das eine schlechte Idee ist. Ich komme jetzt, ich komme jetzt. Komm, mach Drake, mach Drake! Sehr schön. So, und jetzt back. Irelia ist auch dabei. Nein! Oh, shit! Ja, okay, ich habe den wenigstens noch bekommen. Pantheon kommt auch dazu, pass auf! Jetzt, jetzt! Ja, sehr gut! Nein! Oh, nein! Nein! Warum fieber ich so mit, ey! Bei den anderen! Ey, das ist echt wieder ein geiles Match. Geht übelst ab. Oh, fuck! Oh, fuck! Die Kälte nimmt euch den Schmerz. Aber... Es geht ganz schön gut in der Mitte ab. Rudi ist ganz schön gerne in der Mitte. Doch, ich bleibe. Ich bleibe! bei der Annie gestorben. Das ist besser als Udi. War schon richtig. So jetzt macht der mir noch Probleme. Oh nein, versuch's gar nicht. Versuch's einfach gar nicht. Nein, nein. So, ich konnte jetzt Pantheon ein bisschen wegscheuchen, die braucht aber auf der Top-Lame Hilfe. Ja. Pantheon ist eh übel stark. Boah, den hätte ich locker killen können. Egal. Wir chillen erstmal ne Runde. Und farmen. Was ist denn jetzt auf der Bot-Lane los? Ich brauche ne Hilfe auf der Bot-Lane. Jetzt zur Mitte. Dann gehe ich jetzt auf die Bot-Lane. Die Jinx ist immer noch da, die kann nicht entkommen. Ey, hör doch auf man. Die ist doch behindert, ganz ehrlich. Alter, ich hau Ignite drauf. Ulti drauf. Die Welt hat vergessen. Die ist schon tot und dann macht sie den Last-Hit ey. Ich hab da nicht hingeguckt. Ich hab da nicht hingeguckt. Ich hasse, wenn man sowas macht. Das ist doch voll unnötig. Lass mir doch den Kill, wenn ich ihn verdiene. Die Wächter werden zurückkehren. Ich hab da nicht hingeguckt. Was machen die denn jetzt auf der Bot-Lane? Schlachten kommen und gehen. Ey, was geht denn da jetzt ab? Leute, was ist denn da los? So viele Geheimnisse verborgen im Eis. Was macht der Bay jetzt da? Alles ist geplant. So, Dragon ist ab. Und die machen ihn. Soll ich rein? Ähm, nein, nein. Boah, warum? Ich hab keine Ulti. Ich hab nochmal Ulti rausgehauen, bevor ich gestorben bin. Sehr schön. Das war's. Das war's. Nein, das gibt's einfach nicht wie stark der ist. Der hat, keine einzige. Das war's. Ich hab dich so schlecht, Rexha. Du musst dich machen. Mautschin die Schnauze hat und das richtig machen Tja, ich hab mehr Farmer als du Ja, du hast schonmal LOL geschrieben Hilfe! Hilf mir! Warum hilft mir keiner? LOL Wo ist Irelia? Keine Ahnung Was macht die da? Das ist schon wieder so eine Megaschlacht Oh Mann, Mitte Ja, das ist doch abnormal ey, bitte hör doch auf! Das ist doch scheiße Mann Was hat der für Hähnchen? Der hat keine Idee Ja, ich sag doch, der ist krank So OP einfach Mann Freljord wird mächtig sein Alle werden niederknien Mit der Zeit Ich komme Himmel So, ich hab keinen Plan, wo die sind Jinx! Jinx! Ja, die sind hier überall Annie Aber ich weiß nicht, ob jemand hinterher kommt Der da Ja, da Okay, das ist Ja, lass mal, lass mal Ich glaub, die ist nicht alleine Ich glaub, da kommt jemand, oder? Ja Ja Okay Yes, Baby Der hat mich einfach mit einem Speer weggebrochen Nein, jetzt holt er uns beide Nein Boah, doch nicht Warum? Warum gehen die da rein? Die haben doch ganz genau gesehen, dass Mordekaiser kommt Ganz genau gesehen Ey, bitte Was versucht die jetzt? Ey, Frau Ich check die echt nicht Ich check nicht, was die da machen So, sieht scheiße für uns aus Ganz ehrlich Oh Gott Oh Gott Freunde, 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 Freunde Ich komm Ich komme Ultis, ready? Was macht der denn? Was macht der Typ? Jetzt Jetzt Ey, das Das ist einfach nur Gemetzel Einfach nur Völliges Gemetzel Fanteon kommt Holt ihn euch Haben wir Dragon bekommen? Oh Gott, kein Udi Nein Warum flashst du? Geh du sterben Grab ihn, grab ihn, grab ihn Yes, Baby Oh Gott, danke Blitz Holt ihn euch Nein Geh weg Was machen die denn? Oh mein Gott Ja komm Ja komm Einen müsst ihr jetzt holen Ey komm, drück und killt beide Juhu Hä, was hat mich jetzt umgebracht? Was macht der? Ey, das ist so witzig ohne mich Was hat mich jetzt umgebracht? Ach dieses Item, was der hat, oder? Keine Ahnung Was ist denn das für ein fettes Item, ey Da sind Items, die habe ich noch nie mal in meinem Leben gesehen Oh man Voll das Gemetzel Alles ist geplant Das Problem, ja ok Tower mäßig Nein Haben sie mehr, ne Das ist nicht gut Wow Dieser Blitzcrank Dieser Blitzcrank Dieser Blitzcrank Dieser Blitzcrank Wir brauchen jetzt mal ein Teamfight In Ordnung Ja Kannst du mir schnell Blue helfen? Ich hoffe der ist nicht gewardet Es ist nur eine Schlacht Den Krieg habe ich bereits gewonnen Was macht die Wayne da unten? Danke Jo Ich geh dann weg Wohl die Mitte mach ich noch Ja Halt die Fresse, ey Hast du gesehen? Ne Ulti von Jinx Genau wo ich zurückgehen wollte Halt doch die Fresse Man vergisst sowas Dann denkt man gar nicht mehr dran Dass man auf die Seite gehen muss oder so Nein Geh einfach weg, Junge Geh einfach weg So Jetzt brauchen wir Mitte Boah Ich komm, ich komm, ich komm Mach keinen Scheiß Ey Udi ist einfach zu krass Tanki Zu krass Ich komme, ich komme Häääää Gehäääääi Hoho! GG Die Welt hat vergessen Das war dunkel ihn jetzt mit dem Tor Ey wir müssen pushen Einfach mal Triple Oh, Blitzcrank Ja, dass er nicht zurück kann Oh, fuck Wir brauchen den Tower Shit, ey, aber die sind schon wieder da Oh, schön Sehr schön Komm, den Tower brauchen wir Und dann schnell back Okay Sehr schön Schaffst du's weg? Okay, einen haben wir geopfert, das ist okay Red Buff is up Aber die kommen Ey, wenn die Baron machen, können die überhaupt nicht eingreifen Oh Das Spiel noch hinterher, ne? Ja Die machen Baron Ja, ist klar Und ich wollte flashen und hab gechattet, ey Jinx Ja Ohne Zweck Die Rede macht's gut Komm schon, komm schon Nein Nein Scheiße Wir haben noch keinen Teamfight hinbekommen Ein bisschen Mann Was macht die denn? Ich komme Ganz drauf Das ist ja schön Das ist ja schön Oh, holt ihn euch bitte, diesen Lappenkopf So, jetzt Baron Ganz schnell aber Ich sehe die Dinge ganz klar So, go, Freunde Ich verreck Sehr schön Puh, was mach mal Back, oder? Also ich finde, das ist bis jetzt ein geiles Match Sehr schön Sehr schön, Freunde Jetzt läuft's gut, ey Keine Ahnung Jetzt läuft's gut Puschen wir die Mitte mal durch, oder? Ich sehe die Dinge ganz klar Sie haben die starken Minions Jep Sie können die Kälte nicht bekämpfen Nein Nein Fuck Die sind da irgendwo im Jungle Hier, 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 hier Na, was ist los? Ah Nein Hilfe Gut job Aha Oh Wir gewinnen zwar die ganze Zeit die Fights, aber wir kommen nicht voran Oh Gott, was machen die? Alle werden niederknien Mit der Zeit Sehr schön Oh Mann So, letztes Item Ich komme Ich komme Sehr schön Sehr schön Ey, das muss jetzt uns gehören Jetzt müssen wir gewinnen Jetzt müssen wir gewinnen Ulti auf die setzen Wir hätten es einfach safe ausspielen können Ja Es blew up bei denen Das wird mächtig sein Pass auf, ne? Alles ist geplant Ja, was sagen, wir kommen zurück Ey, bevor ich weg Woah, woah, woah Einfach weg Weg Einfach weg, Wayne So viele Geheimnisse Verborgen im 1 Nein Nein Boom Zerstöre sie, ey So go, Freunde Dies ist nur eine Schlacht Den Krieg habe ich bereits gewonnen Die Gegner haben das sogar ein bisschen geflogen Pfff Ey, das ist so ein Volltrott, leider Wie der angegeben hat Gg Well played Ich habe ihn geblieben, ich habe ihn geblieben, wir sehen uns beim nächsten Mal, Bows, bis dann, ciao.